SQT Spydercare präsentiert das Projekt InfraZuizy SQT Spydercare präsentiert das Projekt InfraZuizy Willkommen zurück zu AndreasTV SQT Spydercare präsentiert das Projekt InfraZuizy 2 beklopte Drachen die mein Leben zur hölle machen SQT Spydercare�pe SQT Spyderca Besser kommt doch Mr. Andreas immer zurück. Schnell greifen und schnell rüber. Die Hackfresse werden wir jetzt verbrennen. Die andere. Halt, stopp, jetzt rede ich. Halt, stopp, jetzt rede ich. Der will unbedingt Stress haben. Der riesen Donkey Kong ey. So Donkey Kong, jetzt bist du tot. Der riesen Donkey Kong ist tot gegangen. Das tut mir ja so scheiße leid. Jetzt beten wir eine Runde. Lieber Jehova, bitte lass mehr riesen Donkey Kongs in dieser Welt rein. Jehova, wir bitten dein Segen um riesen Donkey Kong. Jehova ist auch ein riesen Donkey Kong. Jehova, 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 jehova Nein, lieber die brutale Methode. Upsi, hab ich das gemacht? Nein, das war Riesendonkytons. Er ist dran schuld. Er hat die beiden Drachen auf die Welt losgelassen. Ja, es war Riesendonkytons. Ja, es war Riesendonkytons. Es war der große Donkey Kong. Riesendonkytons. Ja, es war Riesendonkytons. Dieser bekloppte Arschaffee. Ja, Riesendonkytons ist mein Freund. Oder Andreas ist auch mein Freund. Andreas mag mich. Alle einen kurzen Like für Andreas. Vorsicht! Ah, der! Ja, ich bin der Bericht. Ja, ich bin der Bericht von Wurzendonkytons. Ah, ich bin der Bericht. Ah, ich bin der Bericht. Und sowas darf eben nicht passieren! Für einen Riesen-Donkey-Kung ist Meus, der Meus ist das Riesen-Donkey-Kung! Ja! 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 Riesen-Donk... Riesen Jehova! Riesen Jehova! Riesen Jehova! Geil! Riesen Jehova! Au Riesen Onki! Ich honger mich wütend! Wütend nicht, aber... Tick nur aus, wenn die meckern tun! Das kann man sicher nicht mit anhören, liebe Leute! So ein Riesen Donkey Donkey Mecker! Da wird es ja paranoid bei! Ja... Da wird man so schön paranoid! Riesen Donkey Kong! Mein bester Freund! Und... Die sessliche Tür ist zugenietet! Noch mehr ist lohnt! Riesen Onki Kong! Riesen Onki Kong! Riesen Onki! Krämmelte Mecker nicht ab, Alter! Das ist ungesund für meine Sehne, liebe Leute! So ein Donkey Kong gemecker hier Alter. Einfach nur unhöflich. Einfach nur unhöflich. Ein bisschen Höflichkeit wird jetzt gut angebracht. Mit riesen Donkey Kong hier. Ein riesen Donkey. Riesen Donkey Kong, Alter. Affenbande. Und Donkey Kong Fehler, Stadel, Alter. Stadel, 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 Donkey Kong, Stadel. Schlager, Schlager, ja. Ey, Homa, was geht ab, Alter? Das habe ich ja vollkommen übersehen. Was willst du, Sackgesicht? Einmal Riesen Donkey Kong für uns? Guck mal, wie viele Donkey Kong hier kommen. Guck mal, wie viele Donkey Kong hier kommen. Riesen Donkey Kong! Andreas TV! Andreas TV! Andreas TV! Ja, ich mag Andreas. Die sind ja heute nur meckern, Alter. Eine Riesen Donkey Kong, ja. So, liebe Leute. Gleiches Schaft. Und dann gehen wir mal wieder zurück woanders hin. So, Leute. Bis dann. Ja, ich schau. Alles Hakke. Kassel. Amen.